Liebe YouTuber, heute seht ihr den Teil 4, Zerstörung des Stadtteils Altendorf-Wulfkotte und des angrenzenden Landschaftsschutzgebiet. Am 11.12.2023 gab es einen Bürgerprotest bezüglich der Informationsveranstaltung der Firma Amprion. Dort wurde hinterfragt, wie groß die Bodenversiegelung ist und ob das Regenwasser über eine Einleitung in den Rapshof Mühlenbach abgeleitet wird. An den Amprion-Infoständen Diskussionen bezüglich der Bodenversiegelung. Es wurde gemeinsam berechnet, dass die Bodenversiegelung K70.000 Quadratmeter beträgt. Hier stellte sich die Frage, ob der Rapshof Mühlenbach das Regenwasser bei Dauer- oder Starkregen aufnehmen kann. So sprachen wir über die Flora und Fauna im Bachbereich und im Landschaftsschutzgebiet, auf dem der geplante Konverter gebaut werden soll. Bei meinen Spaziergängen mit unserem Hund konnte ich dort Rehstehen sehen, Eier, die Nahrungsaufnahmen, Fasane und Rebhühner sowie Feldhasen. Im Sommer fliegen dort jede Menge Fledermäuse herum. Im Boden leben Feldmäuse, Hamster und Maulwürfe und natürlich sonstige kleinen Lebewesen. Es scheint, dass es ebenfalls genug Insekten in diesem und in dem angrenzenden Bachbereich gibt. Selbst die Blauflügelprachtlibelle lebt dort. In den Sommertagen gibt es Störche, die zu unterschiedlichen Zeiten das vorhandene Nahrungsangebot dort annehmen. Der massive Eingriff des Menschen in den Lauf von Bächen und Flüssen und in die Landschaft hat direkte Auswirkungen auf den Verlauf eines Hochwassers. Die Entstehung von Hochwasser hängt von der Stärke der Niederschläge, den Eigenschaften des Einzugsgebietes und vom Bachfluss ab. Der Mensch kann Hochwasser, deren Verlauf und die Auswirkungen stark beeinflussen und verstärken. Im Zusammenhang mit einer Regenwassereinleitung der Firma Amprion ist in jedem Fall zu prüfen, ob die Aufnahmefähigkeit des Baches ausreichend ist, um Ausuferungen oder Hochwasser zu vermeiden. Frage Kann der Bach vor allem bei stärkerem Regenfällen noch werden Wasser aufnehmen, ohne überzulaufen? Grundsätzlich stellt die zielgerichtete Einleitung von Niederschlagswasser von bebauten und befestigten Flächen in ein oberirdisches Gewässer eine Gewässerbenutzung im Sinne des Wasserhaushaltsgesetzes, Klammer, W, H, G, Klammer zu, da, die eine wasserrechtlichen Erlaubnis bedarf. Dazu sind entsprechende Antragsunterlagen bei der Kreisverwaltungsbehörde, Klammer auf, Landratsamt, Klammer zu, vorzulegen. Unten ist aufgegliedert, was bei der Regeneinwasserleitung in einem Bach oder Bäche beachtet werden muss. Hier seht ihr nochmal die beiden Rechnungen bei Dauerregen und bei Starkregen. Fallen 15 Liter Wasser auf einen Quadratmeter bei 70.000 Quadratmeter Bodenversiegelung und 12 Stunden lang werden insgesamt 12.600.000 Liter in 12 Stunden in den Rapshof Mühlbach eingeleitet. Bei einem starken Dauerregen, der ebenfalls 12 Stunden lang anhält, werden 58.800.000 Liter in 12 Stunden in den Bach eingeleitet. Im heftigen Starkregen fallen 70 Liter auf den Quadratmeter in 6 Stunden bei einer Bodenversiegelung von 70.000 Quadratmeter, werden 29.400.000 Liter in 6 Stunden in den Bach eingeleitet. Hochwasser entstehen infolge langanhaltender und großräumiger Niederschläge. Fließgewässer auf die Erdoberfläche versickert ein Teil im Boden und trägt zur Grundwasserneubildung bei. Ein weiterer Teil wird im Boden zwischengespeichert und verdunstet und der Rest fließt über die Bodenoberfläche als Oberflächenabfluss in Bäche und Flüsse und Gewässer. Fließgewässer stehen in enger Wechselwirkung mit der umgebenden Landschaft. Abhängig von der Talform und dem Gefälle und der Wassermenge ist die Strömung als entscheidende, formende und ökologisch wirksame Kraft in Fließgewässern unterschiedlich stark ausgeprägt. Strömung, Gewässerstruktur und die umgebende Landschaft bestimmen zusammen mit der physikalischen und chemischen Wasserbeschaffenheit als abiotische Faktoren die Lebensbedingungen für Pflanzen und Tiere und damit die Zusammensetzung der Lebensgemeinschaften. Es gibt technische Regeln zur Einleitung von Niederschlagswasser in oberirdische Gewässer. Diese nennt sich Trenok. Hochwasser im Kreis Recklinghausen, Dorsten und Mahl im Dezember 2023. Gegen der aktuellen Hochwasserlage und weiter steigenden Pegelständen ist das betretende Deiche untersagt. Überflutete Bereiche sind weiträumig zu meiden. Das Befahren und Begehen kann lebensgefährlich sein. Hohe Wasserstände verzeichnet der Lippeverband zunächst im Bereich der westlichen Lippe in Dorsten. Wo der Fluss an der Borkener Straße am Dienstagvormittag einen Pegelstand von 9,63 Meter bei einem Wasserdurchfluss von 371 Kubikmeter pro Sekunde aufhieß. Auf den Bildern seht ihr, dass der Pegelstand des Wassers schon sehr nahe an der Deichkante ist. Die andauernden Niederschläge haben auch in den Verbandsgebieten von Emscher Genossenschaft und Lippeverband zu hohen Wasserständen in den Flüssen und Bächen geführt. Die Emscher Genossenschaft und der Lippeverband appellieren an die Bevölkerung, sich zur eigenen Sicherheit fern von Gewässern zu halten und unter keinen Umständen die Deiche zu betreten. Da die Deiche durch den anhaltenden Regen aufgeweicht sind und die Pegelstände der Bäche und Flüsse entsprechend hoch sind. Wir Tiere, Vögel, Insekten, Hund und Maus sind für das Konverter aus. Ihr Menschen, wollt ihr nicht endlich auf uns hören oder weiter die Natur zerstören? Wir alle lieben Pflanzen und Bäume. Sind das an unserem Ort bald nur noch Träume? Ihr Menschen, wacht doch endlich auf und rettet hier unseren Naturkreislauf. Und das ist ein Appell der Tiere in Altendorf-Ulfkotte. Ende des vierten Teils Bürgerprotest gegen Konverteranlage in Dorsten, nicht in unserem Dorf. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Interesse. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.